Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von AMA 3 Cold War Germany im DLC. Wir sind mittlerweile in der letzten Mission angekommen und sind auf uns alleine gestellt. In einem Trabi eines Zivilisten fahren wir jetzt hier gerade dem Westen entgegen. Irgendwo hier nur mit dem Kompass können wir uns zurechtfinden. Da vorne haben wir in der letzten Folge einen BMP entdeckt. Oh oh. Vielleicht sollten wir doch nochmal ganz kurz Halt machen da hinten, denn da ist ein bisschen mehr los als ich gedacht habe gerade. Scheiße. Entweder das angesoffen oder da weiß, dass wir hier sind. Speichern. Ob wir dann mit dem weiterfahren oder mit dem Trabi ist eigentlich wurscht. Aber er bleibt nicht mal stehen. Ach du Scheiße, der war ja voll beladen gewesen da hinten. Oh je, Mini. Mal das vielleicht nochmal ganz kurz machen, weil ich das meine Binoculars auspacken. Mein Fernglas. Zwei Fußsoldaten kommen hier lang. Na, das ist ja nicht weiter schlimm. Zwei Fußsoldaten, mit denen sollten wir easy fertig werden. Ich steig mal kurz ein in unser Fahrzeug. Wir fahren mal ein bisschen weiter vor. Und stellen uns dann mal hier so schräg hin. Haben wir uns jetzt entdeckt? Eigentlich nicht. So, weg sind sie. Und bevor irgendjemand davon was mitbekommt. Zack und weg. Wir sollten uns aber dennoch auf der Straße halten. Denn man weiß ja nie, hier ist ein bisschen gefährlich immer. Wie viel der Trabi auch aushält. Indem wir uns hier gerade befinden. Wir sind in Eberringen. Oh, fuck. Bleiben die stehen oder interessiert die das gar nicht? Oh, scheiße. Die bleiben stehen. Ne, die bleiben nicht nur stehen. Die drehen sogar um. Und wir sind tot. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir sind tot. Na nü. Wie ist das denn passiert so schnell? Hat uns die abgeschossen? Ach, kurz mal richtig hinsetzen hier. Warte mal, das ist dieses Fahrzeug. Das lassen wir jetzt einfach mal passieren. Denn mit denen möchte ich nicht kämpfen. Da sitzen sicher ein Dutzend Leute hinten drin. Und das ist mir ein bisschen too much. Guck mal, da sieht man die Köpfe. Ne, 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 ne. Aber mit denen zwei davon, das können wir ruhig mal machen. Oder wir gehen es vielleicht mal anders an. Und fahren einfach drumherum. Ohne zu kämpfen. Und wenn wir dann mal kurz in diesem Dorf halt machen. Und schauen, was wir dort so finden können. Dort können wir ruhig mal ein bisschen kämpfen. Kein Problem. Dort setzen wir uns in den Häusern rein oder sowas. Und gucken mal. Fällt denen das eigentlich auf, dass wir hier langfahren? Na, der schaut zumindest. So, wie gesagt, wir müssen halt nur aufpassen hier. Weil da haben wir ein großes Problem. Wir sind nicht mehr mit dem Panzer unterwegs. Wo wir über Stock und Stein drüberfahren können. Als gäbe es kein Morgen. Wir sind in einem stinknormalen Zivilistenfahrzeug. Das heißt, der hält nicht alles aus. Den Baum könnten wir fällen. Mit dem Panzer. Mit dem hier fällt uns der Baum. So, parken wir mal hier. So. Ich höre schon ein Fahrzeug. Weiß nicht genau, ob das jetzt stehen geblieben ist oder nicht. Was macht denn der da vorne? Okay, da kommen die Zivilisten lang. Der ist irgendwie irre. Schankhaus Krone. Da befinden wir uns gerade. Will der umdrehen oder was? Versucht denn der da hinten? Ah, der will umdrehen. Alles klar. Der hat nur darauf gewartet, auf uns zu zielen, der Wichser. So sieht es nämlich aus. Na gut, dass wir irgendwann mal gespeichert haben. Ja, 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 ja. Ich habe gespeichert. Ich habe vorgesorgt, mein Freundchen. Dann kommt zurück. Da. Oder bleibt dort. Na gut, dann warten wir mal auf die Kavallerie. Denn die kommen ja jetzt, die Verstärkung. Kann man nicht vorstellen, dass das hier ungesünd bleibt. Da wird bestimmt wer kommen. Und dann können wir uns theoretisch ja auch dieses Fahrzeug... Wobei, das ist immer ein bisschen noch ungeschützter als hier gerade. Der einzige Vorteil, wir haben ein Geschütz oben drauf. So, da kommt der Trabi. Ich werde trotzdem mal Sicherheitshalber speichern. So. So. Theoretisch können wir uns noch ein bisschen Munitionsnachschub holen. Denn wir sollten ja Platz genügend haben, denke ich. Na, wusste ich es doch. So. 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 Wie gesagt, Freunde, da kommt noch jemand, das wird definitiv nicht ungesünd bleiben. So. Hallo. Oh, na gut, dass wir gerade nochmal gespeichert haben. So, nochmal kurz laden, den Spaß. Aber wir sind gut dabei, Freunde, wir sind gut dabei. Man sieht eben den großen Unterschied beim Panzer, werden wir wahrscheinlich immer noch am Anfang und schon hundertmal zerstört. Hier haben wir ein Auto, wir haben eine Waffe, wir sind eigentlich ganz gut dabei, um uns unseren Weg zurückzubahnen. Gut, auf den habe ich jetzt gerade eben schon wieder vergessen. Scheiße. Vielleicht sollten wir die Tür zumachen. Ich würde gerne mal nach oben gehen, in den oberen Stock. Die kommen ja sowieso, aber die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht in Unmengen von Ausmaßen kommen. Kann man jetzt neu bewaffnen irgendwie? 70, äh, 30 Schuss nehmen, das sage ich mal gerne. Hier, nehmen wir auch nochmal mit. So, und dann die Tür. Geht die zu? Ja. Ah, na, das hat sich ja gelohnt hier rauf. So, und dann die Tür. Das war's noch nicht Ich höre noch einige Stimmen von denen Das war's noch nicht Und mittlerweile sind die drin Die können also auch Türen öffnen Cool Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter nach oben Hinten laufen noch ein paar Eieieiei Und unsere Deckung ist natürlich auch dahin Aber irgendwie mussten wir die ja anlocken Denn sonst wären wir jetzt immer noch mit unserer Waffe unterwegs Und hätten dort vielleicht noch zwei Schuss oder so Das heißt ziemlich sinnlos Für unser Vorhaben Wir mussten die anlocken Einfach nur um Munition zu bekommen So Aber ich glaube tatsächlich Auf dieser Seite ist ziemlich wenig los Ich sehe hier nämlich keinen einzigen Das heißt Da handelt es sich wohl tatsächlich nur noch um die paar da draußen Na guck mal Ich habe ihn noch gesehen im Augenwinkel Ich habe ihn noch gesehen im Augenwinkel Guck mal einer an Das Haus haben sie umstellt Aber die haben nicht damit gerechnet Dass ich respawn kann Sehr Freunde Und dann setzen wir uns in unseren Trabi Und düsen weiter Boah Die stehen ja zu dritt da unten drin Alter Ich habe gedacht es ist nur einer Hoppala Upsi Huppi Da ist ein bisschen mehr los Na gut Dann müssen wir das anders angehen So Und dann War es das Zumindest was das Haus betrifft Die sind schon gar nicht so schlecht Verschollen hinter feindlichen Linien gilt es zurück in den Westen zu finden Es klingt so leicht Vielleicht hätten wir nie stehen bleiben dürfen Vielleicht war das der Fehler Vielleicht hätten wir einfach durchdüsen sollen Aber ich denke mal den Großteil Sollten wir jetzt tatsächlich schon mal Geschnappt haben oder Haben wir noch Platz Die lassen nicht locker Und das ist tatsächlich schon ein Massaker da draußen Denn da haben wir jetzt schon Dutzende von denen umgelegt Doch mal jemand von hinten So wir müssen hier raus Und wir müssen mit dem Trabi weiterfahren Das hat keinen Sinn So Splittergranate nehme ich gerne mit Magazin nehme ich gerne mit Noch mal eine Splittergranate Das heißt die haben hier mittlerweile schon verschiedene Waffen So Nochmal speichern Aber ich bin mit der hier eigentlich ganz gut zufrieden Ich glaube das war's Ich glaube das war's Na alles klar Und so lange sie mir das Fahrzeug nicht erschossen haben Und das haben sie nicht Na komm Fahr mal doch mal da raus Düsen wir weiter Richtung Westen So Da vorne ist ein ausgebrannter Panzer Das ist auch hier waren Anscheinend unsere Truppen Irgendwann mal unterwegs Eine Karte haben wir immer noch nicht Nur eben den Stinknormalen Kompass Aber wir sind richtig Oh je Das ist nicht gut Die Brücke ist nämlich zerstört Vor uns Einer gammelt da unten noch rum Das heißt wir müssen unseren Trabi hier lassen Na toll Na gut Dass das nicht funktionieren kann Das war mir klar Das war mir klar Gut Der Zivilist verzieht sich Die Brücke ist im Arsch Ich weiß nicht ob der Trabi funktioniert Auf der anderen Seite Aber irgendwie müssen wir dorthin Denn wir müssen mit dem wohl weiter Das heißt spätestens hier Hätten wir kämpfen müssen Komme was wolle Und wir haben wahrscheinlich Den Großteil schon mal erledigt Aber ein paar sind hier eben noch übrig Ich glaube nicht dass wir mit dem Trabi fahren können Nope Hoech Aha Auf einmal wieder am Desktop Interessant Was passiert hier gerade Oh Ja keine Ahnung Wir waren nicht mehr im Spiel Aber irgendwie doch Interessant Okay Nochmal kurz neu laden Wir brauchen einen neuen Trabi Das funktioniert nicht mehr mit dem alten Wir kommen hier nämlich unmöglich über die Brücke drüber Und hier sind auch nicht nur diese drei Feinde Die wir da sehen Sondern deutlich mehr Das ist der Zivilist Dem sollen wir ja nichts tun Und dem werden wir auch nichts tun So Ich werde aber kurz mal speichern So Und dann bahnen wir uns unseren Weg So Kurz mal behandeln Ich weiß nicht ob das der letzte war Das Gute ist wir kommen hier Ne da ist noch einer Wir kommen hier zumindest mal auf diese Seite rüber Okay Ich glaube das wäre der Checkpoint hier gewesen Einziges Problem Was ist denn da hinten los? Da stehen zwei Trabis Und ein paar Leute Die irgendwie gerade Au Vielleicht sind das schon die Engel Die uns rufen Die irgendwie gerade ein bisschen verschwinden Scheiße Wir brauchen ein Fahrzeug Wir sind noch immer Richtung Westen unterwegs Boah fuck oh mio Ein richtiger Häuserkampf hier Wo sind sie? Ich laufe kurz mal von Haus zu Haus Solange das funktioniert Und das tut's bisweilen Wo ist der hin? Einer muss noch hier sein Minimum Einer Und wir brauchen immer noch ein Fahrzeug Ohne Fahrzeug wird das nix Nochmal speichern Sicher ist sicher Hier war noch einer Ich hab keine Ahnung wo der jetzt hin ist Zegade Ach guck mal Zwei Kilometer In zwei Kilometern sind In zwei Kilometern sind wir in Zegade Wenn wir hier die Straße entlang laufen Und Säge Und Säge der kenne ich Kann denn jetzt plötzlich da hinten am Boden hocken Oh So Alles klar Na gut Wenn wir kein Fahrzeug haben Haben wir kein Fahrzeug Es geht Richtung Säge Es geht Richtung Säge Der Säge Der kennen wir Wir waren schon mal dort Auch in den bisherigen Missionen Ist das der Grenzzaun da vorne Ich speicher Ist das der Grenzzaun Sind wir an der Grenze Ich sehe einen Zaun Und ich sehe Schilder Wir laufen immer noch Richtung Westen Naja so ziemlich So westlich wie es halt geht Sperrzone Motor aus Ich glaube ich weiß wo wir sind Freunde Ähm Au Wo war der denn Ich glaube ich weiß wo wir sind Ich glaube ich weiß wo wir sind Ich glaube wir sind bei diesem langen Waldstück Könnt ihr euch erinnern Vor ein paar Vor ein paar Missionen Wir sind mit einem Panzer hier rumgefahren Bei dem langen Waldstück Schnurstracks geradeaus Irgendwann mal um die Ecke Säge Die kleine Stadt Ich glaube ich weiß wo wir sind Wir sind nicht mehr so weit entfernt Von der Also von der Front Von der Grenze Wir sind richtig Vielt noch nicht weiter dauern Bis wir in Säge Ankommen Aber wir sind richtig Super Blöd ist halt nur Wir haben absolut kein Fahrzeug Wir haben absolut kein Fahrzeug Das ist dieses immens lange Waldstück Da wo wir mit Panzer beschossen wurden Wo wir hier dann abgebogen sind Da hinten ist irgendwo die Fabrik Stimmt 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 Weil die Brücke zerstört war Und die Brücke ist jetzt noch zerstört Das ist hier So da wird jetzt bestimmt der Soldat wieder rein spawnen 100 Meter Marsch Sagt er die ganze Zeit nur Da drin sitzt da der Wichser Der Ja 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 Dann sollten wir uns vielleicht mal um den kümmern Bevor wir uns um den da draußen kümmern Denn der da drin ist ja ein bisschen doofer Oder vielleicht eine Granate reinpfeffern Das wäre eine Idee Wir haben ja zwei Ach du Scheiße Freunde Ich weiß zumindest mal wo wir sind Gott sei Dank Auch wenn wir wahrscheinlich trotzdem noch weit weg von der Front sind Aber ich hoffe da kommt irgendwann ein Fahrzeug Das kannst du mir jetzt nicht erzählen Dass wir hier diese zwei Kilometer bis nach Segade zu Fuß laufen müssen Bitte nicht So Spawnt der nicht? Hallo? Das ist unsere Munition? Ich denke ja Oder ist das hier schon die Grenze? Also Ein Teil der Grenze Die ist natürlich viel viel größer Ich weiß wo wir sind Es ist dieses Elendslange Waldstück Oh je Da vorne sind noch welche Es ist dieses Elendslange Waldstück Und es geht hier absolut nur geradeaus Habe ich jetzt gerade gespeichert? Ich habe schon wieder vergessen Speichere ich nochmal Ist ja wurscht Und es geht hier absolut nur geradeaus Vorne müssen wir irgendwo abbiegen Und das war es dann Steht da ein Fahrzeug? Da steht ein Fahrzeug Und ausgebrannt ist Naja das hilft nicht viel Gut aber theoretisch Können wir hier ruhig mal ein bisschen abkürzen Na gut Freunde Wir wissen wo wir sind Wir wissen wo wir hin müssen Wir wissen nur nicht wie lange es dauern wird Denn zu Fuß ist das natürlich eine ganz andere Gelegenheit Als wenn wir hier mit dem Panzer langfahren Aber wir haben zumindest mal einen gewissen Überblick Wo wir hin müssen Und wir wissen die Front Beziehungsweise unsere Front Nämlich die Front der Staatsgrenze Die nähert sich Wir sind in der richtigen Richtung Es geht hier immer noch so ein bisschen westlich Auch wenn ich unbedingt weiß Leider Gottes hat der Zaun kein Loch Wobei da hinten wäre eine Tür Die könnten wir vielleicht mal öffnen Das wäre eine gute Idee Ich würde mich aber trotzdem noch ganz gerne Irgendwo Richtung Ähm Der Straße hier entlang halten Schauen wir mal ganz kurz Ob die Tür oder die Tür mal aufgeht Weil hier ist weit und breit kein Fahrzeug Ah Die geht tatsächlich auf Cool Dann können wir nämlich hier entlang Und sollten theoretisch Bald In Segade ankommen Wenn wir jetzt vielleicht einfach schnurstracks in diese Richtung laufen würden Wäre das auch eine Idee Aber lieber nicht Bevor wir dann zum Schluss gar nicht mehr wissen wo wir sind Wir haben zwar einen Kompass Aber nee Wir bleiben mal lieber an der Straße An der Zivilisation Irgendwo da hinten sollten dann ein paar Häuser auftauchen Und wir sind in Segade Ich kenn mich aus Ich weiß halt nur nicht wie lange es dauert Bis wir tatsächlich dann wieder auf unserer Seite sind Aber das wird sich herausstellen Im Laufe der Zeit Im Laufe der nächsten Folge Vielleicht im Laufe des weiteren Livestreams Denn wir machen kurz mal eine kleine Tratschpause Und dann geht's auch hier im Livestream Auch direkt weiter